So jo, was geht ab meine verehrten Freunde? WelcomeStone meldet sich mal wieder zum Dienst zurück und herzlich willkommen zu einem weiteren Commentary von mir hier auf dem Clan-Kanal. Und ja, heute möchte ich was etwas Spezielleres ansprechen und zwar, ich bin ja ein PC-Member, jetzt auch sozusagen, nennen wir es einfach Call of Duty Leader für den PC und möchte euch dazu aufrufen bzw. euch die Chance geben in den Clan zu kommen. Und zwar könnt ihr mir gerne Bewerbungen senden, dazu addet ihr mich bitte in Steam. Mein Steam-Name lautet Tags1, T-A-A-Q-Z1, wird auch nochmal in der Videobeschreibung stehen. Und wenn ihr Bock habt auf unseren Clan, auf die kleine Familie hier, die wir hier haben, wenn ich das mal so nennen darf, dann könnt ihr euch gerne bei mir bewerben. Ich werde dann euch ein bisschen mit euch reden und vielleicht mein 101 gegen euch machen. Also beziehungsweise ich und der Dommel werden mit euch reden. Und Voraussetzungen sind halt, ihr müsst jetzt keine 7er KD im Black Ops 2 oder sowas haben, aber ihr solltet auch nicht der schlechteste Spieler sein. Ich will jetzt nicht, dass man von uns denkt, ja, wir sind hier der Clan, der nur die Pros aller Pros aufnimmt oder sowas. Aber ihr solltet halt einfach auch nicht die allerbadesten sein. Ich meine, KD sagt nicht alles. Ich habe auch eigentlich eine recht schlechte KD, weil ich einfach mit dem Account angefangen habe, PC zu spielen und deswegen ich so eine Mad Card habe von 1,50 oder so. Aber im Spiel bin ich dann dreimal besser, ohne mich jetzt selbst zu pushen. Ja, dann noch eine Voraussetzung wäre ein Headset und TeamSpeak 3, dass wir, wenn wir miteinander zocken können, reden können, weil ich hasse es wie die Pest, wenn man nicht beim Zocken reden kann miteinander, sich Callouten, je nachdem. Und ja, das war es eigentlich und ihr solltet natürlich auch mal auch ein bisschen reifer sein. Ob ihr jetzt eine Kinderstimme habt oder nicht, ist mir eigentlich egal, solange ihr reif genug seid und ihr denkt, ihr kommt in den Clan rein oder beziehungsweise schreibt ihr mir, wenn ihr mich addet und ich euch annehme, ich werde natürlich jeden annehmen. Schreibt ihr mir, warum ihr in den Clan wollt und alles Weitere werden wir dann einfach sehen. Ja, das war es von meiner Seite aus. Wie gesagt, mein Name steht in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt, dann bewerbt euch, bewerbt euch, bewerbt euch. Diese Chance wird es nicht jeden Tag geben. Und ja, dann wünsche ich euch viel Glück und viel Spaß beim Werben, meine lieben Freunde. Haut rein, euer Stone. Peace out. Outro 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 Bis zum nächsten Mal.